Istanbul, Türkei Istanbul ist eine Stadt in der Marmara Region in der Türkei und eine der 81 Provinzen der Türkei. Istanbul ist eine Weltstadt an der Kreuzung von Europa und Asien, deren Siedlungsgeschichte 300.000, die Stadtgeschichte etwa 3.000, die Geschichte der Hauptstadt reicht bis zu 1.600 Jahren. Es ist die bevölkerungsreichste und bevölkerungsreichste Provinz des Landes. Es ist eine der führenden Städte in wirtschaftlicher, historischer und soziokultureller Hinsicht. Die Stadt ist in ihrer Größe 34. der nächste Platz. Bosporus ist eine internationale Wasserstraße, die die asiatischen und europäischen Kontinente trennt und das Marmara Meer mit dem Schwarzen Meer verbindet. Bionen Bion Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.